Was geht ab, meine Freunde? Hier mit Unboxing. Wie ist denn jetzt? Fruppen. Fruppen. Machen wir mal einfach mal so. Ich habe die Stelle. So. 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 Das sind die Daten von hinten, meine Freunde. Das ist die Feature, ne? Das ist das Greton von hinten. So von der Seite. Und so hier von vorne, meine Freunde. So von vorne hier. So. 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 Jetzt gucken wir mal, wo wir hier aufmachen. So. 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 So, So, So. und ja die anleitung für jetzt geht es selbst erklärt muss ich muss ich mich nicht hier so Das war's für heute. Noch eine. So. So. Jetzt ist quasi das ein Antennenschluss hier noch ein Antennen Körperschuss. Hier sind die Kontrollcenter hier. Wir sind noch alles. Ach hier. Boost, Bass und ein Pikachu-Finable Körperschuss und noch eine Antenne. Sind da acht Antennen hier dran. Und was haben wir noch hier dran? Ah, hier ist ein An-Aus-Knopf, ein Stromkabel, da ist das Freiburg Null, Antennen, 2,5 LAN-Port und vier eingearbeiteten LAN-Ports und der kleine Resort-Knopf, ne, und ich finde die LED hier, die hier ist. Die Antennen, die wir jetzt noch dran machen, so, das wiegt wirklich mehr, ne, aus den, kann man da, die Antennen, kurz so liegen hier, den Antennen jetzt mal raus. Klasse, da finde ich eine Antenne da, das hier. Klasse. 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 packst du jetzt mal aus hier bloß mal Das ist sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das sind acht Antennen, meine Jungs. Tschüss. 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 So. Jetzt haben wir alle Antennen hier dran. Alle acht Stück. Tschüss. 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 Ist ja ganz gut, das lief, äh, Dings hier, Knack dabei, meine ich. Ist ja ganz gut. Äh. So. 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 ist zu sein ein gutes netz da hier haben wir noch so ein fettere dabei das kann man auf die seite sehen einmal den alten hier abklemmen zack, 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 zack zack, 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 zack so, ich muss hier Stelldauer machen so, jetzt bringen wir den fetten roter hier ich suche es mal auf der zweiten netz das ist das das ist das na tausend erstmal hier reinstecken vielleicht muss ich noch einmal einrichten zack und jetzt hier unten rein so ist das schon mal an das muss nur noch ein richtig mehr freunde und auch sexy beleuchtung sehr sexy meine freunde und bis heute rein meine freunde schau rein tschüss